Ich sag, Augenklappe, nee, was ist das denn hier? Jute Beutel, der Jute-Jute-Beutel. Auf jeden Fall nehmen wir Turnschuhe, oder? Naja, man, ich weiß jetzt nicht, ob das nur ein Skin ist, oder ob man da denn die Turnschuhe auch anhat. Na, ich glaub, das ist nur ein Skin, und wenn man die findet, wie du schon gesagt hast, dann hat man die halt. Also gleich in der Farbe, oder so. Ist das Spiel dicht hier, muss ich nochmal anmachen, ja. Mann, 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 Mann. Hey, die Hawks! Wie, was rede ich? Du hast da irgendwas geschrieben? Ich rede nicht. So kann ich auch gehen? Ohne Shirt? Na klar. Wenn ich so noch aussehen würde, das wär ja was. Früher noch, als die Zeit noch jung war, ne? Ja, Bundeswehrzeit, da kommt er schon hin. Doch, doch. Da sah ich ungefähr so aus, wie Spock jetzt gerade aussieht. Den lasse ich jetzt auch so, so. Nur der Helm stört mich irgendwie. Wieso? Den hast du ja nicht auf jetzt. Den musst du ja erst einsammeln. Ja. Ich hab nur die Standardskins. Ich hätte gerne einen anderen Waffenskin, aber die kosten ja was. Ich hab einen geilen, ich hab einen geilen Waffenskin, den hab ich aber, dafür hab ich kein Geld ausgegeben, den hab ich gekriegt, als ich Dritter geworden bin. Okay, cool. Den Führer AR-15, den Patriotic Skin oder so. Die AR-15, Patriotic Skin. So, es ist noch ziemlich laut. Ich bin laut. Nee, ich muss das Spiel noch leiser machen. Ich hab's jetzt auf 50. Da ist immer noch verdammt laut. Ich weiß gar nicht, ob was ich das hab, warte mal. Das ist aber so geblieben, weil ich mein Vorhaber. Ja, die Einstellung, das war eigentlich gleich. Aber der noch, finde ich, ist extrem laut. Also Hauptlautstärke hab ich auf 28. Ja, ich bin auf 50 oder so. 25, aber auch. Dann muss ich, glaube ich, raus. Jo. Das passt schon alles. So. Ich hab Angst. Das Regensystem ist super. Die Hawks. Ach, Schremmi ist auch da. Hallo Schremmi. Was bedeutet hier oben die 2? Neben meinen Namen. Keine Ahnung. Ich hab da eine 1. Vielleicht bin ich die Nummer 1 oder die Nummer 2. Weiß das nicht. Weiß nicht so, wir müssen jetzt auf Spielen gehen, ne? Müssen wir, warte. Dann gehen wir auf DOS, oder? Und du aus, ja. Ah, und ich lag dich ein. Oder ich dich. Ich hab dich eingeladen. Verdammt, du wirst schneller, oder? Nee, was, wie? Ich bin drin. Okay, und dann machen wir jetzt Start, ne? Tu es, oh Gott, ich bin gespannt. Und da kommt auch die neue mit, oder kommt die alte, oder ist das Zufall? Das ist die neue, das ist die neue. Ich hab so ne Angst, ich hab so ne Angst. Warteschlange, sind wir. Warteschlange. Warum denn die? Ja, weil du halt abhängig von den anderen bist, ne? Ob du gewinnst oder verlierst. Oder wie meinst du, die, das Ranking ist beschissen und so? Also das Ranking, das soll bisher wohl nur funktionieren, wenn man alleine spielt. Im Zweier- oder Fünferteam funktioniert das Ranking wohl noch nicht. Achso, da, akzeptieren wir das? Oh oh, ja! Na gut. Ne, der D-Hawks meint das Ranking in Overwatch. Achso. Und das findet er nicht so cool. Ich hab Angst, mir ist schon ganz kalt. Soll ich dich wärmen? Nein. Das wollen wir nicht die Rede. Bucky, schmeiß ihn schnell in die Decke rüber. Augenklipper. Oh man. Aber Fallschirmspringen ist noch das alte, oder? Ja, 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 ja. Dann müssen wir gucken, dass wir auch in derselben Region runterkommen, ne? Kriegen wir hin. Und wenn nicht, dann finden wir uns irgendwann. Ich glaub, wenn ich totgehe, kriegst du das von der Leistung her hin. Wenn ich totgehe, dass ich, und du noch lebst, dass ich dir bei Steam ne Anfrage schicke, dass ich da eine Übertragung sehen kann. Muss ich gucken. Na ja, ich kann mich ja hinterm Baum verstecken. Ne? Aber, wenn du den Multi-Twitch-Link eingibst, dann können die Leute das eh verfolgen. Ohne, dass wir das... Weißt du? Ich will das ja auch... Also, ich will das halt... Ja gut. Live sehen ohne Verzögerung. Ne, das ist ja trotzdem verzögert. Wie auch immer. Stimmt. Wir werden sowieso nicht sterben. Ach du hier. Wir springen schon ab. Wir sind auf dem US-Server gelandet. Wo bist du denn? Ich lade. Und du? Du lädst noch, ich flieg schon. Jetzt fliege ich auch. Wir sind überall Fallschirm, Leute. Oh Gott, meine Maus will nicht so, wie ich will. Das leckt wie Hulle. Ja, wir sind so gut wie tot. Ich geh mal da hinten runter. Ach, kratsch, Mann. Ich lande im Teich. Ist das der Central Park? Was ist das? Wo bist du denn, oh, ist die Maus langsam hier jetzt? Ja, ne? Bei dir auch? Oh, ich lande nicht auf dem Dach. Ich lande auf dem Dach. Iy, 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 iy. Gott, ich seh aus wie ein Flüchtlings-Mexikaner. Was war das, ne Westel? Ne. Maus ist jetzt ein bisschen besser, aber das ist noch nicht so optimal. Das leckt echt ganz schön, ne? Oh, ja, ist... War die auch? Ja. Wie kommen wir denn auf den EU-Server? Was haben wir verkehrt gemacht? Das macht er automatisch. Schwein! Ähm, wo bist du? Auf so einer Feuerleiter? Keine Ahnung. Hast du mir hier auf der Karte angezeigt? Auf welcher Karte? Achso, warte. Ich bin Quadrat, ähm, F6. Ich bin F7. Was, mach ich jetzt? Ein Feldbandage? Ich hab aus Versehen Kuh gedrückt. Genau, ich schredde mal ein bisschen. Noch 100 Spieler, das nervt ein bisschen, dass das da alle paar Sekunden flump und flump macht. Ach, scheiße, das hab ich hier. Okay, 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 noch lebe ich, noch lebe ich. Mach die Tür auf! Mach rein, mach die Tür auf! Aber wie baue ich das jetzt? Wie baue ich das? Wie baue ich das? Ich hab'n Rucksack. Ach Gott, ich muss mal einkaufen. Es leckt! Und es ist sehr dunkel, ne? Nö. Das ist gleich ein Rucksack, den ich benutzen kann. Ich dachte, es leckt nur bei mir, aber wahrscheinlich... Oder weil ich... Den Stream zu... Die Qualität... Die Spiegel sind kaputt. Was hat der Chat, Chat? Oh ja. Ich hab' neulich auch'n' Döner gesnackt. Wo bist du? F6 bist du, ja? Also Waffe hab' ich, Helm hab' ich, Rucksack hab' ich, jetzt noch ne Weste und dann wär... F6 bin ich, ja. Wie, alle am Ragen. Wer war am Ragen? Erzähl mir mehr, die. Und warum? Du bist ja voll in die Stadt runtergekommen. Yeah! Nicht frei. Hat doch. Wie kann ich denn meine Waffen auswählen? Achso, jetzt. 1, 2, 3, 4. Ich war's. Der Helm ist viel cooler. Okay, das Menü, das ist, äh... Ich kann Helm zerreißen? Ich zerreiß'n' Helm. Ja, der kannst du... Der kannst du dir ne Weste bauen. Wenn ich zwei Helme oder so hab', ne? Jetzt! Ne! Jetzt hab' ich doch die Hörner auf'n Kopf! Ne! Verdammt! Ich bin total unauffällig! Oh! Lebst du noch? Ja, ich komm' jetzt mal nach... ...zu dir in deine Richtung gelaufen. Ja, oh Gott, halt. Hm, das mit der Maus, kann man das irgendwie... Äh, boop, 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 boop. Es gibt sogar Stream-Einstellung, das ist ja interessant. Ja. Kompass ausblenden, Name ausblenden... Hä? Giftgas sind knapp drei Minuten. Äh, was? Wo wollen wir denn die Maus? Geschwindigkeit? Kann man das irgendwo einstellen, äh? Motionen? Hä? Schreien dahin, wo es schön auffällig ist. Wir müssen ein Auto finden, wir müssen ein Auto finden. Ja. Muss erst mal aus der Hocke wieder hochkommen. Die Frage ist jetzt mal, ob die sich damit so ein Gefallen getan haben, das so zu verbessern jetzt, oder... Also einige Sachen gefallen mir nicht hier, dieses ganze Layout da drumherum. Ja, sieht alles jetzt mehr nach so einem Konsolenspiel aus. Ja, ja. Nicht mehr so cool. Ja, das ist Tarnkleidung, oder? Ich bin aus dem Norden. Ah! Ich habe eine Schroti gefunden, endlich. Gib mir die! Ich habe eine AR. Hallo, Häuser, Kampf, immer Schroti. Ja, ich bin ja nicht... Bist du in der Stadt noch? Ja, ich bin im Schulladen. Ach, ich bin nicht in der Stadt. Wie, wir wollten uns doch hier treffen, deswegen habe ich hier verweilt. Ja, ich komme noch rüber. Ich komme... Ich bin Richtung Norden unterwegs. Aber in welchem Quadrat bist du denn jetzt? F7 noch. Ich sehe aber schon die Stadt. Die Autos sehen cool aus. Ja, besorg mal ein Auto. Oh, klar. Oh, hier sind keine Blackberries. Normalerweise habe ich mich immer in Blackberry-Sträucher versteckt oder in den anderen Sträuchern und habe die Leute vorbeilaufen lassen und dann abgeschossen. Oh, ich habe eine AR. Buckylein, du beste Moderatorin der Welt. Ob du ab und zu den Multilink reinhauen kannst, damit auch die Leute mal zu euch mal rüber gucken? Genau und sagen können, wie schlecht die Qualität ist. Wenn das zu verpixelt ist, dann muss ich nämlich doch den anderen Codec nehmen. einen anderen Encoder. So, ich bin jetzt F6. Und ich bin... tot. Nein. Oh, nein! Wo kommt denn das Gas? Ich bin immer noch F6. Ja, ich bin noch in der Safe Zone. Warte mal. Ich auch. Dicke. Lass uns am Teich treffen oder so. Ich habe keine Ahnung. Wo ist hier ein Teich? Guck auf die Karte. Da im Park. Aber ich habe kaum Waffen und so. Aber vielleicht sollt ihr mich hier noch umgucken, oder? Das ist alles so... Mal ist das hell und mal ist es dunkel. Hm. Hallo Ender-Kid. Ist das sehr verpixelt, wenn ich mich schnell bewege? Hallo Ender-Kid. Hallo Dead Diver. So, Platin, wir müssen uns irgendwann mal sehen, weil ich habe das Gefühl, ich werde gleich in den Rücken geschossen. Von mir? Nee, von dir nicht. Oh Gott, hier schießt ihr irgendwas, du hast recht. Denk an, die wollen nicht alle töten. Wer? Hier liegt ein Skelett rum. Echt jetzt? Hat man hier auch eine Taschenlampe? Ich habe Angst. Hörst du die Schüsse? Denn sind wir in der Nähe. Nee, es war ziemlich leise. Oh Mann, ich fall kaum auf mit diesem blöden Helm. Also Medipacks habe ich jetzt drei oder vier. Ich habe noch gar keine, ich habe nur ein paar Bandagen. Ich bin hier in so einem Krankenhaus. Ich habe fünf Medipacks, ich kann hier sicherlich zwei droppen. Bewegt dich doch mal Richtung Süden, bitte. Bin dabei. Achso, ich renne in Richtung Norden. Was denn? Denk drin, das Gas ist unterwegs, ne? Ah, wir sind doch, ah, in der Safe Zone auf mich wird geschossen. Ich komme und beschütze dich. Habe ich was verpasst? Nee, wir haben gerade erst angefangen. Ich habe noch keinen geschützt. Gehe ich noch ein Medipack, das kann ich höchstwahrscheinlich um die Ecke brauchen. So, hier ist die Stadt. Aber dass ich dich noch nicht sehen kann. Da hinten rennt einer. Oh nein, du. Bei mir ist auch leider einer um die Ecke irgendwo. Direkt um die Ecke. Und er vermutet mich auch hier, okay? Okay. Okay, Doki. Bin ich ja schön in die Stadt reingelaufen, nur wegen dir. Tut mir leid, die Runde müssen wir jetzt wahrscheinlich gleich noch mal starten. Wo bist du jetzt in der Stadt? In so einem Krankenhaus oder sowas. Tod bin ich gleich. Seit wann hast du eine Brille? Schon länger. Schon lange. Ist nur eine andere. Ich sehe da ein Pfeil. Bei mir ist ein Auto. Bei mir läuft irgendwer um die Hütte rum. Scheiße, wie komme ich hier zu dir? Weiß nicht. Ich sehe deinen Pfeil nicht. Wo sehe ich denn dein Pfeil? Da. Ich sehe deinen Pfeil. Ich komme einfach quer. Fällt ein zu dir dran. Yay. Aua, auf mich wird geschossen. Jetzt soll ich pusten. Ich komme. Verdammt. Scheiße. Das ist doch verrückt mit dem Licht. Mal hell, mal dunkel. Ist das bei euch im Stream auch? Oder ist das nur bei mir so auf dem Monitor? Lebst du noch? Du bist blau. Ich blute immer noch. Wie du blutest. Wie auf dich wurde geschossen? Ja. Also ich bin ernsthaft, wie ich dachte, du sagst das so hier. Ja, aus der Richtung wurde auf mich geschossen. Kann ich dich verbinden? Ich erinnere. Wie kann ich denn mal was dropsen? So, ich habe jetzt noch eine Bandage übrig. Was ziehe ich denn da war eins von rüber? Ich sehe dich gerade zum ersten Mal mit Brülle. Ja, die andere hat ein ganz dünnes Gestell. Ich habe dir hier mal zwei Medipacks hingelegt. Danke. So, jetzt holen wir uns den Typen, der auf dich geschossen hat. Warte, ich heile mich gerade noch kurz. Okay. Okay, jetzt. Wir sollten uns aber... Oben auf dem Haus, oben auf dem Haus. Das Recht, das Linke oder das? Zeige ich dir gleich. Wow. Hat er sich jetzt verbunden oder nicht? Oder ist er noch dabei? Warte, warte. Ich habe ihn gesehen. Das Gebäude hintere... Das darf... Holen wir uns den? Den holen wir uns, oder? Weiß ja nicht, wie wir hier raufkommen. Feuerleiter. Oh Gott, das Gas kommt. Ich hoffe, wir sind nur in der Safe Zone. Ich hoffe, der hat ein Auto dabei, wenn wir uns den holen. Au! Oh, das leckt! Meine Hörner! Oh Gott, warte auf mich nicht, dass du alleine stirbst. Oh, ich muss meine Maus doch sensibler machen. Ja, das ist so wüchterlich. Ah, ich bin tot! Der ist da mit Shotgun, der ist da mit Shotgun. Mann, er blutet, er blutet und legt gerade nach. Jawoll! Warte. Ich glaube, rechts ist der Tür. Ja, der hat auf uns gewartet. Was? Willst du mich anfassen? Du kannst meine Waffe nehmen, wenn du willst. Da siehst du meinen geilen Skin. Habe ich, habe ich. Ja, das war schlecht von mir, aber ich muss gucken wegen Maus-Sensibilität. Weil beim Zielen ist das denn zu sensibel, glaube ich. Und beim Umgucken, aber zu unsensibel. Ach, Quark. Du hast einen getötet! Yay! Ja. Aus Versehen, es tut mir leid. Aber ich gucke mal, was der so im Sack hatte. Was denn, Ender-Kids? Ich habe mich geopfert, damit Platin überleben kann. Ja. Oh, der hatte auch einige Medi-Packs dabei. Das kommt mir so vor wie so ein neues Spiel. Das ist total verrückt. Ich komme mir so komisch vor. Pass auf, das Gas kommt gleich, ne? Du musst nach Süden ein bisschen. Aber kann sein, dass du noch sicher... Ne, du bist noch sicher, glaube ich. Ab nach Süden... Hat man Fallschaden? Was hat man? Wenn du fällst... Fallschaden? Ja, ja. Ach, ich gucke mal. Wuhuuu! So, ich... Katsache. Ähm, ich... So, ich mache jetzt nur noch Quatsch und dann starten wir gleich eine neue Runde. Ne, 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 ne. Du kannst dich ruhig anstrengen. Ich poste jetzt mal hier den Multistream. Ne, ging nicht. Was ist das hier schon wieder so komisch? Anstrengend, anstrengend. Nächste Runde strengen wir beide uns an. So, dann sage ich auch hier heute mal... Gute Nacht, gute Nacht! Jetzt komme ich hier wieder nicht aus dem Spiel raus. Ähm, wie habe ich denn das eben gemacht? Du bist Brian? Okay. Hau rein, Di. Und, äh... Morgen, würde ich mal sagen, wieder eine Runde Dead by Daylight, oder what? Etwa der, da habe ich auch mal wieder Lust. Oder what? So, dann muss ich mal hier den Multistream... Ich will LKW fahren. Das Ding auf! Na, LKWs gibt's da leider nicht. Wo, hier steht einer, aber den kannst du nicht fahren. Ich hab' voll das Flugzeug abgeschossen. Juhu! Unbedingt Daylight, ja. Ach du, die, nee. 32 Stunden? Da ist der Platin-Tiger. Dann träum mal was Schönes von... Whisky und Booms. Ich hab' voll das Flugzeug abgeschossen. Jetzt wo? Ja, Entschuldigung. Liebe Zuschauer, den... Was Platin-Tiger jetzt macht, das werde ich jetzt nicht übertragen. Dafür habt ihr ja den Multistream-Link. Und, aber ich guck mir jetzt Platin-Stream noch kurz an, damit ich sehen kann, was er so treibt. Ich versuch, in den Tod zu rennen, aber hier sind keine Gegner. Oh man, ich muss meine Hörner wegschauen. Wir sind doch nur noch 20. Versuch noch, versuch noch zu überleben. Nein. Ich will doch mit dir eine schnelle Runde wieder starten. Ach, versuch zu überleben. Nein. Ich will sterben, ich kann nicht ohne dich. Oh, hübsche Waffe. Enderkid, war die Qualität denn bei mir okay, wenn ich mich bewegt habe? Na ansonsten, ich guck mir ja später den Streamer kurz rein. Oh man, dieser blöde Helm. Ich weiß nicht, wie den losfährt. Nach der Runde muss den Skin nochmal wieder ändern, denn... Ich sehe aus wie ein Elch. Was aber hier schön ist. Ich kann es nicht aufnehmen. Wie, ich habe keinen Platz. Hallo, ich habe einen Rucksack. Da ist genug Platz. Fallen lassen. Ah, wer schießt. Na warte. Ja, gib mir das. Ja, ich finde, das dauert immer so lange, bis angezeigt wird, welche Munition das ist. Ja. Was ist das hier für ein Teil? Ein Wimpelwumpel? Alter, acht Medikids hast du noch. Ja, der Typ hatte welche dabei, ich hatte welche dabei. Achso. Achso, apropos Medikid, vielleicht könnte ich mich ja dann mal heilen, wenn ich hier auch ernst spielen soll. Halbernst. Solltest du mal. Nicht fallen lassen, ich habe es fallen lassen. Der schießt auf mich, der schießt auf mich. Ja. Danke für dein Follow. Ich kann es nicht lesen, weil grün auf grün. Verdammt, wer ist das? Ich sehe es verzögert. Enderkid vermute ich mal. Danke für dein Follow. Ja, Enderkid war es. Ach, guck mal, Hocke muss ich mal wieder von C auf linksbums legen. Ich will nicht überleben, wenn du tot bist. Ach doch, heile dich mal. Habe ich doch. Alter, sieben Zuschauer hast du, du Killer. Hallo? Bucky ist quasi ein magnetisches Magnetchen. Achso. Oh, war doch nicht auf Sturm. Ich weiß gar nicht, woher man muss. Südwesten, wir sind F7. Das ist alles so doof angezeigt jetzt und wir sind eigentlich gut dabei. Das finde ich wiederum gut, dass man jetzt sieht, in welchem Quadrat man ist. Ich bin immer noch gut dabei. Ich bleibe in diesem Quadrat jetzt stehen und sitzen. Haben die das gemacht, dass die Runden schneller gehen? Ich meine, die Leute sind voll schnell krepiert und... Guck mal, wie klein jetzt schon der Bereich ist. Ja. Ich glaube, sonst habe ich 40 Minuten gespielt und dann war ich endlich mal unter die letzten fünf oder so. Naja, wir spielen ja Doppelteam, also... Oha, das wird auch noch zu meinem Problem ist wahrscheinlich. Auf den Berg, Digga, auf den Berg, Digga. Schönen Skin hast du bei der AR. Ja, der gehört dir. Das B ist ein unnötiger Kommentar, oder wie? Welches B? Bei mir im Chat. Danke für dein Follow, Grün. Eher was mit RIP. Dead Driver. IP? Richtig. Auf jeden Fall, danke für dein Follow. Let's Play vielleicht. LP. Aua, guck mal, da hinten kommt das Päckchen. Und du weißt, was ich jetzt mache? Kamikaze-Päckchen-Klauen. Dadadidi-Dadad. Ich bin ein Hirsch, hör auf, auf mich zu schießen. Hör auf! Gott, das laggt. Von hinten, irgendwo kam was. Hilfe! Gott! Real-Life-Angriff-Mücke! Was war das? Achso, ich dachte schon. Der Sicherheitsbereich für ein giftiges Gas in 60... Bla, bla, bla... Sekunden. Bin doch noch gut dabei. Mittlerweile sterben aber, sterben sie so selten, die Schweine. Ja. Aber ich muss sagen, die Karte hat was. Das hat was. Auch wenn... Das Gras nicht mehr so schick aussieht wie vorher, finde ich. Das sieht jetzt eher so comic-mäßig aus. Und vorher sah das etwas... Ja, das ist viel heller geworden irgendwie, ne? Aber die... Ich finde, die in den Städten, das sind alles mehr Details mit Dreck und Knochen und so'n Zeug. Ja. Ja. Skeletti. Da oben. Ja, so wie du da oben rennst, müsstest du nicht mehr lange dauern, bis du krepierst. Aber nur noch vier Stück! Dann bist du unter der Top Ten! Und zwei da... sind davon da oben auf dem Berg und die bewegen sich nicht mehr. Ach, das war ein Stück Tönne. Die werden dann bald auf die schießen. Boah, hat denn mein Fernglas immer noch auf fünf? Weiß ich nicht. Da kannst du jetzt auch eine Taste zuweisen. Ob ich die denn hingelegt, weiß ich gar nicht mehr. So, Luft anhalten und abdrücken. Oh, jetzt schon wegsnipen, wa? Die looten da noch, die haben dich nicht gesehen, oder? Doch, der eine hat mich, glaube ich, gesehen. Aber ich weiß nicht, ob die Reichweite... Musst du höher noch ein bisschen höher. Musst du rüberhalten. Na, hab ich schon, aber ich glaube noch ein Stück höher. Jetzt guckt mit deinem Fernglas... Die sind Säckchen geworden, war ich das? Nee. Nee, das wird ja angezeigt. Nee, das sind die nicht. Das sind die nicht. Das sind andere Säckchen. Oh, Mann, nicht, dass sie jetzt zu mir hierher gerollt kommen. Hallöchen, Dead Rivalry. LP. Let's play. Komm, ich mach Kamikaze, damit du auch wieder dabei bist. Bisschen Spaß, muss sein. Ich fühl mich so einsam. Und ein Sack voll Sonnenschein. Da-di-da-da-da-da-da-da-da. Wer, der schmeißt mit Kügelchen. Los, komm, ein Töterste noch. Na, Kampf, nehme ich mal hier meine Schroti. Da habe ich nur sechs Schuss. Das wird echt eng, na jo. Ob die noch da oben sind? Ich laufe mal von hinten rum. Ein Killste noch. Mach mich stolz. Ich bin noch da, Ender-Kill. Gott, die Sonne, die leuchtet sogar durch den Turm. Okay, ich laufe jetzt und vielleicht... Ja, wo kommen Granaten? Wo sind die? Die waren hier. Ihr Schweine. Da ist die Kiste. Kann ich hier gar nicht so verkehrt sein, ehrlich gesagt. What? Ich muss ein bisschen laufen und nach Süden. Doch, Gulligesicht. Ich bin tot. Nein, warum? Na, das Gulligesicht hat mich umgebracht. Der hat sein Gulli angezogen und hat mich umgebracht. Achso, der kam da... Der war direkt vor dir. Ja, Wookie-Style. Nur weil ich einmal kurz auf die Karte geguckt habe. Ja, Mitte AR hat darauf... Mitte AK hat darauf gehalten, der Noob. Aber er blutet, die Lusche. Du hast die noch ran geschossen. Wie komme ich hier raus? Man munkelt noch. Ja, man munkelt... Wie, ich lebe noch? Nee. So, ich befinde mich im Giftgas, wird hier angezeigt. Ja, wie kommen wir jetzt hier raus? Escape funktioniert schon mal nicht. Es war jetzt verdammt als Säckchen, bis die Runde... Nee, das kann ja nicht sein. Kaputt. Spiel neu starten? Nee, das ist doch scheiße. Ja, natürlich ist das scheiße, aber was willst du machen? Ich glaube, ich muss das bei mir gleich doch wieder ein bisschen lauter machen. Kaputt. Nee, Goni-Bärchen und Marta-Horny. Hallöchen. Wie heißt denn dein Stream? Bei mir steht zwei Noobs als Tribute oder so. Bei mir steht mit einem Eimer alleine in der Wildnis überleben oder so. Ich weiß gar nicht, was ich glaube. Warte. Müssen wir das Spiel schließen? Ist wahrscheinlich. Warte, mit einem Eimer in der Wildnis überleben, ja. Und dann noch Multi-Stream. Kann ich mal... Zack. Hast du jetzt wieder schlossen? Noch nicht, aber ich mach das gleich. Das ist ja wirklich blöd. Ich schließe das mal und starte das neue. Was haben wir für eine Wau? Diesmal hoffentlich auf EU-Server. Das muss man sicherlich auch neu auf Wii einstellen können. Alt-R4 funktioniert auch nicht. Hm. Das ist nicht gut. Funktioniert es bei dir? Oh, ich hab einfach ausgemacht. Ich spiele im Fenstermodus und hab dann einfach ge-ixt. Ach so. Das ist immer besser zum, ähm... Hin- und herwischen mit der Maus, wenn du mal irgendwie verschreiben musst im Chat oder so. Hm. Jo. Jetzt halt das zweimal auf. Was will das Spiel von mir? Tada! Tada! Bye-bye, Daylight. Ja, ich frage mich jetzt, warum das so ein bisschen ge-lackt hat. Ob das jetzt am Stream liegt? Oder weil ich streame? Oder ob das die Grafik ist oder das Spiel? Weil ich hab ja bei mir auch nur auf hoch, nicht auf ultra oder so extra. Ich hab bei mir, glaub ich, auch nur auf ne Mal. Ich muss gleich mal gucken. Ich muss auf jeden Fall die Maus-Sensibilität irgendwie erhöhen. Und dann... Oh Gott, ich hab mich verschluckt. Garage bei Eimern? Ich bin ganz locker flockig heute. Bucky-Line. Was ist mit Bucky? Die muss in 20 Minuten ins Bett. Warum? Weil sie immer früh hochgemacht. Achso, ist ja in der Woche. Jo. Ja, wenn Bucky weg ist, hab ich keine Lust mehr. Waaaaa? Dann, dann, dann musst du doch... Ich muss doch dann von deinen Heldentaten erzählen, wie du... ... mit den Hintern gerettet hast und... Oder nicht? Doch. Jaa... Sarah, kommt man hier auch noch mal kurz vorbei, hab's ja gesagt. Twitch gibt es hier sogar noch Reiter, was kann man da einstellen? Geil, ich finde die besten Streamer... Was? Scheiß Streamer, äh, alles. Hey, mal gucken, ob ich mich finde. Wohl die Klo-Deckel an ist. Nicht Plati, Platin, der kennt kein I, äh, N... Nogen, Tastature. Oh, ich bin on air. Das ist ja echt nicht schlecht. Aber wozu? Du, ich will mir doch kein Twitch angucken, wenn ich zocke. Warum nicht? Keine Ahnung. Namen ausblenden? An? Kompass ausblenden? Also damit die Leute... Ach, ich verstehe, wenn du gesnipet wirst, weißt du? Es gibt doch Streamsniper. Damit die nicht wissen, wo du rumläufst. Mhm. Kannst du denn quasi deine Koordinaten... ...ausblenden? Das mach ich mal. Wie, du lädst mich schon ein? Ich muss hier noch zwei, drei Einstellungen machen. Ja, lass dir Zeit, aber ist das nicht egal? Irgendwie? Das hier, aber ich meine hier mit der Maus, mit der Maus. Geht schnell, geht schnell. Oder auch nicht, keine Ahnung. Hast du gefunden, wo man die Sensibilität einstellen kann? Negativ. Region, da kannst du auf jeden Fall Europa... ...haben wir aber ein Häkchen, das ist ein komisch. Hast du bei dir auch nur bei Europa ein Häkchen oder an allen drei? Nur Europa. Na gut, dann hoffen wir mal, dass das diesmal blockiger läuft. Ich hab angenommen, nichts passiert. Versionsnummer braucht nicht angezeigt werden. Doch, jetzt bin ich drin, richtig? Ja. Okay, Mann, ich bin ready! Mein Kater auch, so wie's aussieht. Soll ich Start drücken? Ähm... Ja, mach du mal Start. Wer denn auch beide gleich? Oder hast du Start? Ich hab Start gedrückt. Ich jetzt auch. Passiert nix. Ne, ne? Jetzt aber, Warteschlange. Achso, Warteschlange steht ja da oben. Ach ja, rage einmal rage, du sollst ragen. Ich geb dir ein bisschen Liebe, damit du nicht raged. Oh, lass doch mal die Platin. Da muss ich weinen. Ja, auch, mein Kater gibt mir auch Liebe. Boah, ein kleines Schwergewicht. Der Leidy. Akzeptieren, natürlich. Ich hab Angst. Wir müssen gucken, dass wir zusammen irgendwie runterkommen. Na, wenigstens haben wir uns eben noch gefunden, bevor wir gestorben sind. Ja. Aber auch nur... Äh... Durch Glück. Und wir haben einen weggekillt, auch wenn... Also, es war schon eine gute Teamaktion. Der eine war das Schild, der andere war... ...das Schwert. Hockychen. Bin nicht eingeschnappt. Was süß. Ja, ich weiß nicht. Wie, du bleibst bis zwei? Kein Scheißaufschlaf? Oh, guck mal, weil du nicht wohne, dass ich spielen wolltest. Ja. Das ist so nett. Ach ja, die Bucky. War der da? Gibt es nur ein... Ah, jetzt sind wir hier. Oh, da ist ein Helm. Nee, doch nicht. Wo sind wir hier? Ich bin im Laden. Ich habe Hilfe. Äh? Oh. Hier kann man rumlaufen? Was ist jetzt los? Scheiße, ich wollte mir noch so eine Krone klauen, da, die da lag. Eine Krone kann man auch klauen? Ich habe vorhin sogar einen getötet mit einer Krone. So, du bist rechts von mir. Hier, wir sind nebeneinander. Hier, ich fliege hinter deinem Hintern her. Fliegst du hinter mir her? Okay. Lass uns das vor. Jawohl. Ist das denn vor? Ja, ne? Keine Ahnung. Siehst du andere, die da noch hinfliegen? Jede Menge, ja. Wir müssen nur schneller unten sein als die. Ja, scheiße. Nee, lass uns abdrehen nach rechts. Die sind eher unten als wir. Hier, zu den Autos. Komm, Mut zur Lücke. Okay. Willst du da rein, oder? Nee, hier ist für den Autos. Nein, 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 nein. Hier gibt's nur Müll. Scheiße. Verdammt. Die schießen schon alle, die spinnen doch. Ja. Oh Mann, und dafür... Nein. Hast du irgendwo was hier gefunden? Ja. Ja, ein Rucksack. Turnschuh und ne Schrotflinte und ein Rucksack. So, der Krieg kann kommen. Aua, die schießen. Schießen die schon auf dich? Ich hab das Gefühl, also noch blutig nicht, aber ich glaub, das ginge in meine Richtung. Ich muss dich beschützen. Ich hab nix Waffen. Was machst du da? Lass mal weglaufen. Ich dachte von hinten ran. Hörst du, sollst du sie anschmucken? Nein, ich hol dir ne Waffe. Das ist ja ne schöne Map. Wo sollten wir sonst denn laufen? Wir können natürlich auch in der City, wenn du willst. Naja, erstmal irgendwo oder ein Camp finden oder sowas, dass ich... Weil da gibt es halt immer einen Wohnwagen, immer die Waffen und alles. Ja, dann lass das erstmal hier die Map entdecken hier oben. Wo sind wir denn? E4. E4, da. Wir rennen jetzt nach Norden, ne? Nordosten, ja. Lass mal einfach weiterlaufen. Mal gucken, was passiert. Ja. Was heißt das, wegrecken? Verdammt. Hallo, Gani. Ja, vielleicht gibt es hier was. Oh, oh, oh. Auto, Auto, hinter uns. Nein! Ich bin drüber gehüpft. Und du? Oh Gott, ich bin fast tot. Hier liegt ne Waffe. Äh, hast du ein Medipack? Ich tausche gegen ne Waffe. Oh Gott. Meine Maus hat schon wieder Katzenhaarallergie. Auto weitergefahren. Jo. Ich bin voll cool drüberge... Vielleicht hab ich die... Oder du hast ihn getroffen. Hast du so ein Platschen gehört? Nicht feilen lassen, zerreißen. Das ist... Leggy. Wie kann ich hier craften? Wo ist hier das Craften? Handwerk da? Hier ist ein Rucksack. Ähm, wie crafte ich jetzt? Ähm, oben auf Handwerkerei. Ja, und dann... Ähm... E halten? E. Hier ist noch ein Helm, ne? Hat das jetzt gemacht? Siehst du, dass du den Helm aufsetzt? Ja, ich muss erst mal mich heilen, heilen. Wo ist ein Helm? Da sind Turnschuhe oder so. Hast du hier einen Rucksack schon gefunden? Hier ist ein Rucksack, hier ist ein Rucksack. Und hier ist ein Helm. Aber dann halt doch wieder Hörner. Ach so, Enderkit, ich weiß nicht was... Nee, diesmal nicht. Ähm... Ich hab den noch nicht eingestellt, hier mit dem Spam. Achso, dann nehme ich den Rucksack nochmal mit. Ja. Oder mach den kaputt. Habe ich schon Turnschuhe an? Ja, ne? Nee, ich hab doch Turnschuhe gefunden. Da sitzt du. Wieso zieht die nie an? Weg mit den Schrumpelschüchen. Wir haben diesen Autoangriff sehr gut überlebt, oder was? Ja, wir könnten trotzdem noch bessere Waffen finden. Oh, du hast eine AR. Ja, die laucht hier rum. Wo gehen wir lang? Links, rechts möchtest du... Äh, oh, wir müssen nach Süden, wir müssen nach Süden. Dann ab in den Süden. Südosten müssen wir, rennen wir mal hier so lang, genau. Der Sonne hinterher. Also ich hab nur... Ich hab nur eine M5 Beretter oder so. Mit wie viel Schuss? 30 insgesamt, also... 2x15 Magazin. Na, Schroti, mit 2 Schuss bringt dir nicht viel? Oder wie viel Schuss hat die noch? Ähm, hast du den Helm jetzt nicht? Doch, hast du auch. Natürlich, natürlich. Wir müssen eigentlich noch mehr Helme und wir müssen Westen finden oder Helme kaputt machen, dass man sich... Makeshift... Ähm, Amors bauen kann. Ja, stimmt. Vielleicht deine Nase... Heile dich mal, heile dich mal. Ja, nimm mal eine Bandage oder sowas. Du bist noch nicht bei 100%. Mehr hab ich nicht. Wir sind E4 sind wir, ne? Wir müssen... Auf jeden Fall müssen wir jetzt... D5 sollten wir hinkommen. Warte, ich geb dir noch eine Bandage. Äh... Oh Mann, wenn ich daran denke, wie schnell andere Leute sind, ne? Ach, in der Ruhe liegt die Kraft. So, 2 Stück. Hast du die dahin gemacht? Die liegen hier irgendwo. Ach, hier. Danke. Bitte. Ja, wäre cool, wenn wir jetzt ein Auto finden würden, dann würden wir immer mit dem Auto rumfahren. Ja, so wie sich das gehört, dann kommt man auf jeden Fall, wenn man Glück hat, unter die Top 10. Ja. Hast du gesehen, wie gekonnt ich über das Auto gehüpft bin? Nee. Wie? Ich hab da nicht hingeguckt. Was? Ich hatte gerade meine eigenen Sorgen, vom Auto wegzulaufen. Du warst auch verfluckt. Oh, da vorne ist irgendwie so eine Art Häuseransammlung. Könnte eine Stadt sein. E5, wir sind da jetzt. E5 sind wir jetzt, ne? Wir sind fast sicher. Soll ich den wegschießen? Ach nee, wir laufen... Nein, wir laufen in der falschen Richtung. Wir müssen nach dem Westen, wir laufen ja nach Osten. Wieso treffe ich den nicht? Ich hab nur ne Pistole, ne? Der ist aber allein. Komm, den holen wir uns. Der ist hinter dem Baum. Ah, der tötet mich, der tötet mich! Verdammt! Hast du vielleicht noch ne Bandage? Ich hab Loch im Bein. Oder Baum. Ich bin tot! Ich hab ihn zweimal getroffen. Also, du hast ganz viele Waffen in meinem Rucksack, wenn du willst. Und man kann wieder keine Escape-Taste drücken, ne? Das ist schon komisch. Ich wechsle jetzt auf dem Multi. Du hast einfach so in der Luft gejagt. Warst du das? Ah, ich hab ihn getötet mit der M5! Äh, M9! Äh, haha! Ich hab einen getötet! Oh! Ich hab eine Waffe! Oh, der hat ne AK! Äh, ja. Oh, scheiße! Aua! Aua! Da schießen zwei Leute auf mich! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Warte, äh, ich muss hier noch ein bisschen... Hab mich nicht erschrocken! Ich hab mich nicht erschrocken! Ah, ich bin tot! Gute Nacht, Buckley! Wie lange geht der Stream ungefähr? Ja, zwei Stunden bestimmt! Oh, jetzt kommt hier noch ein Auto angefangen! Oh, jetzt ist hier ne Schießerei! Ah, so ein Mist! Ja, ich war voll scheiße egal! Bist du auch gestorben? Ja, ich bin jetzt... Ich bin jetzt gestorben! Okay... Also die... Ich weiß nicht, ob der nur bei mir so laggt oder ob der bei den anderen auch laggt, aber ich glaube nicht, sonst hätten die ja schon was gesagt! Weiß ich nicht... Ähm... Ja, guck mal hier jetzt... Ähm... Ich wollte gerade den einen looten, dann kamen zwei Stück und die haben sich natürlich aufgeteilt, dass einer von rechts kam, einer von links... Und dann kam noch ein Polizeiauto, also die haben da ordentlich Schießereien... Hallo? Hallo? Ist da jemand? Aber wie kommt der aus diesem blöden Spiel raus? Ohne... Hallo! Hallo, mutterfucker! Fälsch da! Äh, äh, guys? Wenn du die... Und du... Kannst du den Spiel exit? Was war das? Negativ, negativ! Ah... Bad! Die können auch nicht aus dem Spiel raus! Ja... Echt nicht? Ja, die haben grad... Die haben grad im Spiel-Chat gefragt, ähm, guys, äh, when you're dead, äh... Can you... Was... Was hat er gesagt? Can you exit the game oder so? Schau mal, jetzt müssen wir ja alle in der Hölle schmoren, weil wir das Spiel nicht verlassen können. Das ist doch scheiße! Das stimmt. Hm. Also im Trainingsmodus ging das heute Nachmittag. Ich mag deine Lache. Gute Nacht und viel Spaß noch. Danke, Bucky. Ähm, ja. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Da fährt das Polizeiauto. Und noch eins. Hm. Das ist nervig, ne? Mit dem scheiß Neustarten hier immer. Ja. Aber was soll's? Was können wir alternativ machen, nicht? Aber ich hab einen mit der M9 getötet, die Lusche! Yay! Ja, müssen wir einen Neustart machen hier. Hilft alles nix. M9-Hype. Das ist ja zum Kotzen. Das stimmt. Und... Das hab ich... Oh, ich hab... ...ein Problem. Haben wir's doch. Immer das Spiel neu starten nach jeder Runde. Gibt's da irgendeine Lösung? Ich guck mal kurz... Ja, wahrscheinlich bringen sie... Vielleicht bringen sie morgen ein Update raus oder so. Runde... 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 Aber Enderkit, bist du da noch? Ich hab die Brille auch erst heute abgeholt. Die ist heute jetzt... Die ist niegelnagelneu. Und deswegen hab ich jemanden getötet, weil ich das besser sehen kann. Ähm... Ohne etwas zu bauen? Ne, das ist ja alles ganz anderes. Ach egal. Müssen wir so mit Leben? Müssen wir so mit Leben? Ja... Das ist doch was. Nicht wirklich, ne. Joa... Das ist... Aua... Da muss ne andere Lösung her... Ganz ehrlich, vorher haben mir diese Menüs besser gefallen. Die waren übersichtlicher. Wenn ich das... In-Game erstmal... Und auch... Ähm... Davor so... Auch diese... Browser... Server-Browser... Anstatt das hier jetzt... Warteschlange und so... Ich muss mal zu Rocky und mir besser gefallen... Ich muss mal meinen Helm ändern... Wir müssen wenigstens Dritter werden! Ich will neue Skins kriegen! Ich bin die Scheiße doch nicht zum Spaß! Oh man, die Mütze geht jetzt auch mit! Oh Gott! Nix da! Ich nehm die! Und dann nehm ich den! King of the Eimer, ja! Wo sind meine ganzen T-Shirts hin? Wo sind sie geblieben? Äh... Naja, hattest du das jetzt schon auf... Ähm... Mal auf... Nordamerika gestellt... Für deine... Um deine Skins einzustellen? Nein! Ich trau mich das irgendwie nicht! Ja, danach kannst du wieder umstellen! Zum Beispiel jetzt bin ich wieder auf Europa! Jetzt ist bei meiner... Bei meinen Patriotic AR-15 wieder ein Schloss vor! Okay... Aber trotzdem hast du das ausgewählt? Oder what? Genau, als ich... Ich hab's aus... Ich hab... Ähm... Die Region auf Nordamerika gestellt... Dann bin ich auf Aussehen gegangen... Hab... Konnte die Skins auswählen... Und als ich die Skins ausgewählt hatte... Bin ich wieder auf Region Europa gegangen! Okay... Kann das noch nicht mal wechseln, ehrlich gesagt! Achso, da... Einstellung! Äh... Jetzt... Was hab ich jetzt gemacht? Dann Religion! Jetzt Leder? Ja, er lädt irgendwas... Das macht er, wenn er die Region wechselt... Dann lädt er erst mal, oder so... Okay... Was ist denn ein Loom jetzt? So... Ja, Enderkit... Das ist der Vorteil, wenn man eine Brille braucht... Und auch eine trägt... Dass man dann besser sehen kann... Jetzt sehe ich noch keine T-Shirts mehr... Bei mir ist das noch ungewohnt... Ich hab das Gefühl... Ich hab doch... Den Sehtest irgendwie verkackt... Und falsche Gläser, oder so... Das kann schneller passieren, als man Kukurutschu sagen kann, ne? Das ist mir ja auch schon passiert... Sagst du Bescheid, wenn du bereit bist? Ja, ich mach hier nur schnell einmal... Ein paar kosmetische Sachen... Ah, wo haben wir denn hier? Die Siegerhose... Da... Das sieht aus... Wie so ein Gummischlauch... Ja, ich bin... Warte... Nordamerika mach ich noch weg... Und dann kann's weiter gehen... Europa... Jetzt lädt er... Und dann geht's los, oder was? Oh Gott, jetzt hat er das ganze Spiel geschlossen... Warum, ne? Machen die das eigentlich immer wieder? Die Spielehersteller... Hauen heutzutage die Spiele raus... Obwohl die noch total verpackt sind... Ja, es ist ja noch eine Early Access... Es ist ja noch kein... Offiziell erschienenes Spiel... Ist das immer noch die Alpha? Ja, immer noch Alpha Early Access... Sie wollten... Eigentlich wollten sie es ja am 20. Also gestern releasen... Aber... Wie viele es erwartet haben... Wurde gesagt... Nee, wir bleiben erstmal in ne... In ne... In ne Early Access Phase... Und releasen es noch nicht... Um Fehler auszubügeln... Ja, klar und zu einigen... Okay, soll ich dich einladen? Noch nicht, noch nicht... Obwohl... Du kannst ja schon mal... Ja, ich... Aua! Ich beeil mich ja schon... Ich kann doch... Jetzt ist er schon wieder abgestürzt... Lol... Beim Gender Kids... Ähm... Vielleicht... Ähm... Doch noch nicht einladen... Und du machst jetzt erstmal deine Skins alle? Nein, das ist eben zum zweiten Mal abgestürzt... Als mein... Steam... Nachrichten-Dings gebliebt hat... Achso... Ich weiß nicht genau warum... Das stürzt immer ab... Ob es jetzt wieder abstürzt... Das... Sag ich doch grad, dass das mehr Bugs als nicht Bugs hat... So, ich glaub ich schreib das hin... Ich glaub ich schreib da jetzt hin... Ähm... Zwei Runden... Einen Kill... Du du du... Damit jeder sehen kann, was für ein Nupi ich bin... Ich mach das mal kurz... Solange du da noch am rummachen bist, ne? Ja, aber jetzt muss ich das... Ähm... Wieder starten... Komischerweise... Geh ich hier mal rein... Und werde hier mal... Das Spiel lässt sich nicht mehr öffnen... Mach keinen Scheiß... Nö... Das äh... Geht immer wieder weg... Musste Steam vielleicht neu starten... Kann ich mal ausprobieren, ja... Text... Text... Wir nennen das mal... Runden... Oder Matches... Matches, ja? Matches... 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 Ich hab grad auch noch... Matchi... Matches... Achso... Du musst ja hier hinschreiben... Matches... Ach, jetzt scheint das Spiel... Jetzt scheint das Spiel... Zu starten... Endlich... Ach, jetzt haben wir kein Bild im... Stream... Und ich hab keine Maus... Und ich hab keine Maus... Hm, wo packe ich denn das mal hin hier? Nach rechts oder nach links? Jetzt haben wir wieder ein Bild... Mach das mal hier so hin... Jetzt haben wir wieder ein Bild... Mach das mal hier so hin... Mach das mal hier so hin... Was hast du? Wo dran? Ach, an die Gläser... Neue Brille... Beziehungsweise Gläser und so'n Zeug... Ähm... Ich bin richtig happy... Diesen Stream zu schauen... Einmal... Du bist der Beste... Danke... Dead Driver... Ähm... Ja... Gerade passiert wenig... Aber ich muss ja sowieso warten... Auf Platin... Ähm... Kills... Wollte ich schreiben, ne? Wieso musst du auf mich warten? Ich hab dich eingeladen... Ach so! Du kriegst das gar nicht mit... Ach, immer diese Hektik... Was? Carnivor... Ich bin ready... For... The Fight... Was? Ich bin bereit für den Kampf... Warte... Ich will hier noch... Ja... Hey... Karim The Assassin... Guten Abend... Hey... Karim The Assassin... Guten Abend... Doch... Oh mein Gott... Tröstet ihn einer... Wir haben hier gar keine weibliche Unterstützung, oder? Das alles... Ach Scheiße! Was ist los? Oh, es ist die 2 umgedreht hier... Enderkid ist leider erst 13... Verdammt! Wer ist 13? Enderkid, Enderkid... Ein Jahr älter als mein Kater... Kacke... Was ist los Rocky? Nein! Du bist echt einer, ne? Den ganzen Tag, wenn ich schlafen will... Hältst du mich wach... Und jetzt, wo ich mal ein bisschen... Spielen will... Willst du kuscheln? Hm? Wer ist der dickste Dickkopf, den ich kenne? Hörst du auf? Wenn du noch mal beißt, beiß ich dir ins Ohr... Ich bin ja erst 13... Ich bin ein paar Jahre älter... Einer Pups... Einer Pups... Einer Pups... Ja... Ich hab schon noch einen Kill! Du 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 du... Wie weit bist du? Ein Kill-Typ... One Punch Man... Momento... Ich entweite dich noch mal... Hat mich einfach gebissen... So, sieht nicht ganz so professionell aus... Aber immerhin... Was machst du denn? Wo machst du das denn? In OBS... Kills und Matches steht da jetzt... Achso... So... Ja, normalerweise machen das die Pro-Gamer, um so zu zeigen... Hier, was so ein geiler Typisch bin, ne? Hehehe... Aber ich bin ja auch fast so gut... So, hast du mir eine Einladung geschickt? Na klar, zwei, drei Stück... Noch eine? Warte... Ich hab es dir... Ich drück auf Starten... Jetzt hör auf mich zu beißen! Oh, akzeptieren oder ablehnen... Akzeptieren oder ablehnen? Ablehnen! Das ist so schwierig... Achso, abgelehnt, ne, ne? Echt jetzt? Nein, nein, nein... Nein, akzeptieren natürlich! Yeah! Das dauert ja ewig bis vor hier! Oh, ich danke! Ja! Danke für deinen Hoster! Hey! Juhu! Vermeide das giftige Gas! Mach ich nicht! Ich hüpf da genau rein! Es wird stärker, solange der Krieg wütet! Mein Körper hat mir voll meinen Daumen abgebissen! Ach, einen Daumen brauchst du nicht! Hast du Anne-Maus-Maus... Äh... Anne-Maus-Daumen-Button? Ja! Ich auch! Aber irgendwie macht der da trotzdem nichts! Ich hab da gemacht, dass er die Granate auswählt! Ach nee, ich hatte ja nur Molotow-Cocktails! Die muss ich dir wohl... ...reparat auswählen! Das Gute ist jetzt hier, dass ich auf Q-Schnellauswahl... Oh, hier... Ah! Hey, Cola! Warte mal, damit ihr auch beim Eimer mal vorbeischauen könnt, wenn ihr wollt! Hallo, Martin! Oder was denn? Bist du das mit der Krone auf dem Kopf? Nee! Hallo! Ich muss mich überhaupt... Hier wär's in die Schlampe hier! Wie viele Leute sind hier? 120! Ich schild' hier euch! Hallo, Dr. Maimone! Ich muss mich da hinsetzen! Hallo, Dr. Maimone! Oh, man kann auch krabbeln jetzt! Interessant! Kriechsen konnte man schon immer! Okay, bis gleich, Sarah! Es geht los! Scheiße! Ich bin doch am Krabbeln, glaub ich! Nee, du bist neben mir jetzt! Wo bist du denn neben mir? Hinter mir? Über mir? Wo bist du denn hingeflogen? Hey, nicht so schnell, Platin! Oh, wo fliegt der da hin da rauf, Polt? Was? Da ist ein Haus! Wo? Das einsame Haus in den Bergen, aber da... Nee, da will glaub ich keiner hin! Was wurde denn? Wo denn? Ich seh's nicht! Ähm... Ich bin zu schnell! Mach du mal schneller! Nordosten! Nordosten! Ich bin hier am... Am... Am Camp! Da landen ganz viele! Was? Beim Camp? Nein, bei dem Haus! Ich bin mal wieder mitten in der Stadt! Ach, da hinten bist du! Gott, die Hose, die lässt mich fett wirken! Oh mein Gott! Ich hab' meine Gummihose! Tatsache, man kann jetzt kriechen! Konnte man schon immer, ne? Ja! Echt? Hab' ich das nie gemacht! Oh, läuft das ohneflüssig hier! Bei mir ist jetzt komischerweise flüssig! Na gut! Nee, hier werden bei mir 70 Frames angezeigt, aber trotzdem ist es scheiße! Dann liegt das wahrscheinlich am Stream! Guckt euch mal hin! Guckt euch mal hin! Dann an! So? So, ich komm' mal zu dir gelaufen, ne? Wo bist du denn? C4! Ich bin... What? Wo bin ich? Warte! Warte! Ich weiß, warum er mir das nicht anzeigt! Weil ich das ausgestellt hab' so'n Mist! Nein! Ich bin in so'ner Vorortssiedlung! Ich hab' ein Auto, glaub' ich, gefunden! Ich hab' ein Auto gefunden! Das sieht aus wie ein Auto, Mann! Die Autos sind noch, die man fahren kann, sind noch aus wie die alten! Ich seh' dann Pfeil, ich seh' dann Pfeil! Ich bin halt kein Auto gefunden! Ohhhh! Hallo! Jetzt hätte er eins sein können! Ist da immer noch mein Pfeil? Ja! Ich bin in deinem Haus! Sind da fallende Schüsse oder so? Nein! Aber Turnschuhe stehen da! Da muss man die jetzt auch immer erst ausrüsten! Also voll doof! Ich hab' ne Scheibe eingeschlagen! Oh, Behäuser hasse ich eigentlich! Man muss ja einfach Sachen herkriegen! Da läuft einer rum! Das bist du! Ja! Hier ist keiner außer uns, glaub' ich! Kann ich dich eigentlich verletzen? Ne, ne? Doch! Würde ich aber niemals machen wollen! Ich glaub' ich werd' gleich mal den Stream stoppen und einen anderen Encoder einstellen, denn läuft es wahrscheinlich besser nach der Runde! Wie gesagt, das leckt ein wenig bei dir! Die Kopftuch! Ich wollte ne Maske haben! Unterreißen! Unterreißen! Oh, Mensch! Vorhin... Hey, da hab' ich immer die geilen Waffen gefunden, weißt du? Und jetzt find' ich nur Scheiße, ja? Nein! Wir müssen ihn dringend trösten! Jetzt find' ich die Treppe hier nicht! Da ist die Treppe! Wo wollen wir jetzt hin? Nächster Haus! Warte! Wir müssen... Wo sind wir? C4 sind wir, ne? Oh, wir müssen laufen! Wir müssen richtig laufen! Wir müssen... Dann lass uns hier doch ein Auto nehmen! Hier werden bestimmt irgendwo... Nach Südau... Oh, hier ist ein Medikit! Vor Erntnerhütte wird hier bestimmt ein Auto stehen! Vertrauen mir! Ich weiß, was ich tue! Gefahr ist mein Geschäft! Oder wie sagt das? Cool mit cool! Ich muss gleich kacken gehen, glaube ich! Alter! Hier ist Monotorff-Cocktail! Hier, zieh dir Turnschuhe an! Bist du schneller! Die stehen hier auf dem Tisch! Ich hab' doch so ne komischen Schuhe an! Turnschuhe schon! Ja! Ich guck' mal nach dem Auto! Hier! Da steht eins! Ja jetzt wirklich! Jawoll! Dann können wir hier erstmal in Ruhe looten! Naja, in Ruhe nicht! Ne! Zweieinhalb Minuten wird das Gas freigelassen! Wie viele Felder müssen wir weiterfahren? Ähm... Eins, zwei... Der direkte Weg sind zwei Felder! Nach Süden oder wohin? Südosten! Kriegen wir hin! Noch ne Minute looten und dann fahren wir weiter! Oh, AR! Und das dauert ja auch erst mal, dass das Gas hier ist und so! Also mit dem Auto! Rucksack hab' ich gefunden! Schrotpatronen! Brauchst du ne Schrotflinte? Hier liegt ein... Hab' ich gefunden! Okay, dann nehm' ich mir die Patronen mit! Jetzt hätte ich noch gerne ne AK oder ne AR! Ich hab' ne AR gefunden! Läuft bei mir! Vielleicht finden wir noch mehr Autos für Sprit! Wenn die Sireen kommen, dann können wir langsam mit dem Auto losfahren! Glaub' ich! Westen wär' gut! Oder ein Helm! Helme liegen hier! Seid ihr einen mitnehmen? Ja! Oh, manchmal leckt die Maus! Wo bist du denn da hinten? Ja, ich... Na, ich flitze schnell durch! Alles mögliche! Auf der einen Seite suche ich noch ein zweites Auto wegen Benzin und auf der anderen Seite halt noch ein paar Sachen! Du kannst gerne die Karre mitbringen, wenn du auf der Straße lang gehst! Ne, ich geh' bei dir lang! Leg' ein Skelett rum! Rucksack hast du schon, ne? Ja! Militärrucksack sogar! What? Ja! Ich glaub' die Straße hoch steht noch ein Auto! Ich hol' das mal ran! Wir können auch mit zwei Autos fahren, was noch lustiger wär' Können wir machen! Aber das ist kein gutes... Ne, das ist kein... Da ist aber noch eins, oder? Ne! Ok, wir sollten vielleicht in der Tat langsam... Ja! Hier ist ein Polizeiauto! Nimm's mit! Das ist schneller als der Pick-up, ne? Ja! Wollen wir denn mit einem Polizeiauto fahren und Pick-up einfach nur Benzin rausklauen? Weiß ich nicht! Oh, da ist ein Gelände oben! Ich fahr' mit dem Geländewagen! Ich hol' mir ja noch den Sprit, oder holst du den? Ne, wir müssen zusehen! Na ja, im Montag Ruhle! So, du fährst vor! Äh, ich fahr' vor, aber wir müssen zusehen! Ich weiß doch gar nicht, wo lang! Südosten, oder wat? Ja! Ok, hier ist Norden! Ne, das ist schonmal falsch! Ja, aber wir müssen hier irgendwie rauskommen! Südosten ist ok, wir bleiben hier einfach geradeaus jetzt! Da vorne steht ein Auto und wartet auf uns! Wo müssen wir hin? Auf E6 müssen wir, da sind wir erstmal sicher dann! D6? E6! Emil 6! Wuhu! Das war nicht gut! Das war super! Scheibenkleister! Ne! Halt! Ist er! Wollen wir da einmal looten? Ja, erstmal rumfahren, gucken ob hier Leute sind! Oha, pass auf! Pass auf! Pass auf! Was hast du vor? Du bist nicht umgefahren! Niemals! Hier sind keine Leute und wenn doch, schießen wir die tot! Ich habe einen Helm! Ich habe einen Helm! Einen Rucksack! Einen Rucksack! Achso! Einen Helm hätte ich auch noch! Hier ist auch noch ein Helm im Rucksack! Einen Helm hier im Wagen! Einen Rucksack gefunden! Einen Rucksack gefunden! Hier sind nochmal Turnschuhe, wenn du die willst! Wow! Schießen die auf uns? Hilfe! Von wo? Ich weiß es nicht! Ich verstecke mich! Oh, mein Finger ist schon wieder ganz schleimig hier! Eeeh! Was heißt das? Verschwitzt! Hey, habe ich die Cola schon Hallo gesagt? Ja, ne? Hey Cola und hey Blurie! Entschuldigung, wir verletzen! Wir wollen mal weiterfahren! Jo! Wie hupt man nochmal mit K? Ne! Ähm, J! Echt? Oh, ich bin eingeschlafen! Wo fahren wir lang? Oh! Südosten! E6 müssen wir immer noch! Ja, ich sehe das ja nicht! Ich habe das ja wegen Twitch-Blabla und so ausgeschaltet! Das hätte ich mal anlassen sollen! Warte, das kann ich auch wieder anstellen! Wir fahren gleich weiter! Ähm... D5? Zack! D5 sind wir ja! Und E6! Ja! Na dann! Bist du noch hinter mir? Ich bin vor dir! Ich bin vor dir! Echt jetzt? Wo bist du dahin gefahren? Na, ich hatte doch gesagt, ich muss das kurz ausstellen! Ich bin doch auch stehen geblieben! Ach, da bist du! Ich sehe dich! Ich... Wollen wir durch die Stadt durch an der Stadt vorbei? Vielleicht gibt es da Autos? Ja, noch habe ich genug Sprit! Ich bleibe erstmal... Ich fahre jetzt die ganze Zeit erstmal durch die Gegend hier! Da ist bestimmt ein Auto bei! Oh, hinter dir ist ein Auto! Hinter dir ist ein Auto! Ich dachte, du bist das! Was denn? Ich... 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 Ich komm dahinter an! Ah, die sind zu zweit drin! Ja, helf mir! Oh Gott! Ich würde ja gerne zu dir kommen, aber mein Auto fällt mir noch gerade aus! Ich hab... Ne, ich hab keinen davon getroffen! Aber die schießen auf mich! Nein! Wir schweine! Da... Da... Is... Da rübergerübt... Schlaf well, Blurie! Wir schweine! Fährst du die platt? Was machst du? Ich seh da nur ein fliegendes Auto! Herrlich! Und Escape-Taste funktioniert echt wieder nicht, das ist doch zum Schweinemelken. Aua! Alter, was haben die für ein Aiming? Cheater! Ja, die haben jetzt zu zweit auf mich geschossen und ich habe keinen von denen. Nächste Runde. Wir werden von Runde zu Runde schlechter, ne? Nein, hallo, Auto. Jetzt müssen wir wieder das Spiel starten, Neu. Das ist so nervig. Anders geht's scheinbar nicht, ne. Das ist echt nervig, ne? Na gut. Das machen wir ruckzuck. Ah, ne. Doch. Das war eine gute Runde zum Warmwerden. Irgendwann. Du bist jetzt unter die Top 3. 2, 1. Risiko. Ich hoffe, das Spiel... Hm. Oh, ist das Scheiße hier, dass meine Finger so schwitzen. Hm. Da schwitzen die. Ja, weil ich Angst habe. Das ist voll unter anderem. Ich bin voll unter anderem. Ich bin voll unter anderem. Ich beschütz dich doch. Ja, hab ich da gesehen. Hallo, ich hab mich auf abführungsvoll einfach töten lassen. Und du? Hm? Du bist da mit dem Auto über dir rüberge... Das sah aus. Du hast extra gemacht. Ich wollte nochmal einen starken Auftritt hinterlassen. Ha, das hast du geschafft. Ach, es ist late und late. Aber diese Runde werde ich versuchen, so gut zu spielen, wie ich nur kann. Bitte sehr. Danke. Jetzt so redet der Kater wieder mit mir. Was, der nennt dich Nu? Verdammt. Die haben uns durchschaut. Hm. Ach so, ich wollte mal kurz den Stream neu starten. Ach ja, mit anderen Codec, ne? Ja, also, geht gleich weiter, Leute, ne?